Hier bin ich wieder, eure Deria, in einem herrlichen Sommerwetter. Und ich grüße euch alle ganz herzlich. Glück und Liebe. Ist die Liebe das Glück, das wir suchen? Und was bedeutet überhaupt Glück? Klar, alle suchen wir nach Glück. Überall. Auch du. Im Alltag, in der Freizeit, sogar im Urlaub. So auch in der Familie, in der Partnerschaft und im beruflichen Leben. Und man will den Erfolg. Einfach in allem. Und so sucht jeder nach dem Glück. Aber haben wir überhaupt Möglichkeiten, das bzw. unser Glück zu finden? Jeder hat die Chance, sein Glück gleich welcher Art zu finden. In vielen unseren Handlungen und Motiven verbirgt sich immer eine Portion Glück. Es liegt nicht im Verborgenen, sondern man muss es einfach sehen, fühlen und mitnehmen. Es geschieht. Das Glück kann man nicht planen. Doch was ist Glück und wie erfahren wir davon? Es ist wie bei einem Kind, das spontan eine reine Freude erlebt. Schon bei sogenannten Kleinigkeiten, die ein Glücksgefühl auslösen können. Und wie spüren wir, dass wir glücklich sind? Liebe und Freiheit werden eins. Ein Kribbeln im Bauch, die sogenannten Schmetterlinge, die in wunderbarer Leichtigkeit von Leben in ungeahnter Intensität Glücksgefühle entstehen lassen. Eine Dynamik, in der sich Freude und Gefühl in ein wohliges Glück mischen. Das Gefühl des Glücklichseins ist ein Moment der inneren Öffnung. Wobei du fühlst, wie sich dein Herz öffnet und unangenehme Schwingungen frei werden. Und wie beschreibst und benennst du diesen Moment? Es ist ganz einfach. Glücklich sein ist die Frucht deines Herzens, das sich weit geöffnet hat. Es gibt keine Enge, kein Wollen. Du entspannst dich und fühlst. Und das ist ein natürlicher Zustand, der absolut und nicht außergewöhnlich ist. Ein wunderbares Gefühl für Seele und Körper. Das erlebst du in ungeahnter Intensität, wovon du nicht mehr loslassen möchtest. Und du? Ja, du! Kennst du dieses Gefühl nicht? Aber auch du hast das Recht, das Glück zu erleben und zu fühlen. Aber du hast noch Altlasten, die du noch nicht verarbeitet hast. Wenn du willst, kann ich dir dabei helfen, dass du frei wirst und Raum für ein neues Glück bekommst. Du brauchst mich nur anrufen. Und ich arbeite mit dir das Alte ab. Lass das Glück, dein Glück, wieder in dein Herz. Wie du mich erreichst? Hier unten steht meine Telefonnummer. Ich freue mich auf dich. In lichtvoller Liebe, Derea.